hallo und herzlich willkommen zu world of warcraft classic wie ihr schon hier seht ich habe jetzt gerade riskant eröffnungstherum hier gesehen und ich nehme jetzt das mal ein bisschen auf war klar dass es nicht geht aber wir sehen uns dann wieder wenn ich drin bin weiß nicht wie lange das ich dann noch installieren muss aber nur schon so schön wir sehen uns dann wenn ich es geschafft habe mich einzulocken bis gleich ich bin drauf wie gut ist denn das also immer liegen wie einer der niedrig auslastung hat gerade ich hoffe mich wirft es nicht wieder raus weil das wäre ein bisschen kacke ich habe gemerkt ich habe sound wieder ein bisschen runter kann sein dass wir haben sie eigentlich kann wirklich alter die alte modelle richtig schön ich mache jetzt mass wie ich gerade mein mail ist und schauen wir mal vergleichen wir den schwachsinn gerade mal kacke sieht das scheiße ich habe ganz vergessen wie kacke das ausgesehen hat ne aber so ist nun mal gewesen aber blablabla geile bärte hatten wir damals auch besten bärte aller zeiten und annehmen und treten die welt 15 ich glaube brachland war das gebiet dem wir rein tauchen werden und schau mal ich habe es überhaupt nicht mehr im kopf wie das früher war ok oh mein gott happened was haben wir da was haben wir da talent bauen gut talent bäume auf in die chance ja da muss man wieder von hinten angreifen ich habe zwei talent punkten chance der feind euch zu entdecken ich weiß doch nicht das ist halt der mitschne und haben wir hier bringt der fähigkeit verschwinden cool das war schon ich bin 15 was haben wir denn da schönes ne war das schon immer so langsam langsam krone kann euch nur bekennt zur zeit in vergangenheit frank an einmal schöpft dauert es eine weile das ist halt eben ne alter wie gut ne haben wir hier die guten alten verbände anwerbungsbrief einmal stelle für der wehrdienst bei der horde diese person hat namen der horde unglaublich stärke und christengeschick gewesen man sollte ihr sofort arbeiter crossroads zuweisen hochachtungsvoll karl battle score es ist halt noch englisch und so sind international und das ist nur schon die auflösung ne okay habe ich quest oder so oft haben das gerade quest system ne vor der straße von fernach weshalb da muss man lesen man das nur schon das alte 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 brachland ich bin gerade halb okay wir müssen quest texte lesen freunde folgt der straße von gar gar für eine werden macht ausbrust nach westen wendet euch bei der einmündung nach links und folgt nach der straße in südlich richtung sucht sogar da an der kreuzung zwei straßen crossroads auf hat okay folgt der straße ja gut ich bin ja an crossroads aber stets ja uhr freunde ich bin gerade ein bisschen halten nicht für euch tun aktuelle quest na nun was haben wir denn hier hat karl mich nun doch endlich für würdiger gefunden mir einen neuen rekruten zu schicken klar na gut doch nur ihr wollt also euren unterhalt in der horde verdienen hier gibt eine menge zu tun also hört gut zu und tut was man euch sagt ihr braucht mich gar nicht so anzusehen ich dulde keine unserer schämtheiten frau selbst hat verkündet dass wir frauen der horde euch männer gleichgestellt sind wenn ihr mir auch nur im geringsten respektlos gegenüber trittet werdet ihr wahre schmerzen kennenlernen okay okay euer erste beute wird einfach sein die eben schreiter im osten fall immer wieder über unsere lebensmittel vorräte hier und sind zu einer plage geworden vernichtet die eben schreiter und bringt mir ihre schädel besorgt okay und ich sag's doch mal wo sind sie sind ja gut ist nicht so weit was haben wir denn hier ne rüstungsschwächen habe ich irgendwie interface kampf ja ja alter alles an zack 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 anzeige die karte drehen kann man machen mir das verwirrt nur text sofort anzeigen das praktisch schimpf nicht akkusierende statusnachrichten ja ja handel blocken okay da zack 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 muss natürlich drin sein mein namen tier aus ihre wasser kollision gelände vor den kopf nicken das ist also was heutzutage eigentlich drin ist ne ok schlagzug werden wir wahrscheinlich noch nicht drin sein dann schauen wir mal hier werfen hatten wir ja noch sprinten können wir mal nach hier packen den ruhestein hat er eine stund ja eine geile stund abklingt zeit liebe freunde gott lennen dann haben wir das werfen dass wir eh nicht brauchen werden den kick meucheln war doch haben wir das ja mit der drossel noch das ist auch noch krass ne 50 prozent längst immer in der verstohlenheit liebe freunde merkt euch das ok gibt es hier noch eberschreiter oder nicht und das saugt nur 50 prozent schneller ne ist das was hier ist ein tamper jäger das sind tote ebenen schreiter das kann jetzt weichen da ich bin gerade ein bisschen da da ist ein groß ebenen schreiter den holen wir uns ich kann nicht jumpen ne kann schon schneller 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 automatisch angriff komm schon komm schon stirb dankeschön also kann man das auch einstellen dass es direkt da kommt wo ähm kampf anzeigen status text sprechblasen alle ähm maus fuck geht also so geht das nicht das ist ja alter verwalter ich habe keine ahnung wie viel muss ich schon bringen ach ich brauch die schnau ne classic freunde classic das ist halt jetzt vor allem ist bisschen überpopulierte ganze server ne glaub ich sch rear alt ach der chat ne das ist eine der wannehre Linkedin al ich bin gerade ah das sind nur tote gibt der viel cooldown 3 Minuten nein 5 Minuten cooldown da ist einer gespawnt Nein, wag es nicht Wag es nicht Tja, liebe Freunde Ich habe jetzt kein Loot Nur, dass es gesagt wird Ich kriege kein Loot Ah, was? Ich habe Kirschenrei Richtiges Leder Nice Das ist Classic Haben wir Dings ist wahrscheinlich auch drin Hier Waffenfertigkeiten Wenn man die nicht Gelevelt hat, trifft man auch nicht Ganz einfach ist das Alter, ich bin gerade wiss Und ja, Reiten ist auch erst Level 40 Glaube ich Wenigstens muss ich Nein, denk nicht dran Denk nicht dran, das gehört mir Das gehört mir, dieses Ding Was war das eigentlich, wissungswecken? 3, Punge Stirb, stirb Alter Natürlich hat es nicht gedroppt Da bin ein Bärchen Ich habe das Gefühl, ich werde die ganze Stunde an dieser Quest hängen Ne? Bringt nichts auf die Karte zu schauen, Freunde Nein Nein Alter Das Ich fühle mich wieder Wie Früher, ne? Ich hatte Richtiges Classic hatte ich nie, leider Bin erst In Burning Crusade Dazugekommen, ne? Und Trotzdem Es war noch so, ne? Burning Crusade war nicht Viel anders Das Ehrensystem war, glaube ich Bisschen besser Und Ja, gut Ich muss jetzt auch gerade sagen Ich bin Ja, gerade nach Nach Der BlizzCon Also Die sind auf demselben Server wie mir Und Es ist, glaube ich, schon Ein bisschen Pan Ich lese zwischendurch noch ein bisschen Der Chat Das ist noch cool Noch Interessant Und ich finde einfach keine Ebene Ich habe noch kein einziges gefunden, ne? Just Just saying Ne? Ähm Schöne alte Zähigkeit noch Komm schon Gegners Gut, ich kann mich auch ein bisschen umsehen Das können wir auch machen Ich Steinkrank Gebirge Hier ist ein Lebensschreiter Cool Denk nicht dran Ähm Ja, 50% Geschwindigkeit, ne? Hehehe Was ist das jetzt so? Also Oh mein Gott Das ist Ich kann es nicht glauben Ohne Schick, ne? Ich hatte es träge Da Ein Schnabel Yay Ich hatte es träge In Erinnerung Ne? Das weiß ich noch Aber So träge, Mann Das ist ja Und vor allem Der Täuschungssturk Er hat ja Shadowstep Und so Und neun, ne? Alter, ich treffe nix Schon Hat? Der lebt noch Der Limmel Da haben wir noch den Schnabel Ja, ich habe Jackpot Gerade ein bisschen Ich bin erst 10 Minuten hier Ich muss hinterher stehen Verdammt Willst du mich gerade Willst du mich verarschen, Mann? Ne? You know? Ich kann jetzt den umbringen Aber kann ich nicht looten Weil der andere Probleme Die man früher hatte Ne? Guten alten Probleme Man muss Das muss man Fuck Ich muss jetzt Irgendwie Hinten Das ist halt Ne? Täuschungssturk Ist nicht so gut Wenn man alleine levelt Aber das ist jetzt auch Nur für mich Auch ein bisschen Ne? Da ist ja jetzt Das ja mein Main ist Im Moment Und das ist halt Schon krass Was sich getan hat In den Was war das? 13 Jahren? Hat das glaube ich Jetzt Geburtstag 13 jährig? 12? Ich glaube 13 oder 14 Jahre WoW Hat sich Mal viel getan Und Ich seh jetzt Ne? Was ist zum Fick bist du eins? Ne? Keine Tiere Ne? Keine Es hat schon Tiere Aber die sind einfach nur Zum Spass hier Und Das ist Richtig nice Ne? Da Nein! Nein! Hört auf Damit Hört auf Nein! Der gehört mir da Alter Wenn Wenn ihr Der jetzt Weg schnappt Ne? Ich bring euch um Ne? Ich muss Komm schon Ne! Ah! Da haben wir Ah ja Zerhexeln hatten wir noch Das sollten wir ja zuerst nehmen Hatten wir mehr Tempo Das gibt nur Fleisch Fuck yo Ich mach Knirscherei Knirscherei Gibt mir wenigstens Leder Gibt mir wenigstens Leder Haben wir ja nicht noch Hier Wo war Berufe? Hier waren Berufe Ne? Lederverarbeitung Ja da kann man ja noch die basteln Genau Da kann man ja Rüstung verstärken Das war ja auch der Shit Ne? Jetzt kann ich hier Zack Rüstung plus 8 Das ist eigentlich nicht schlecht Ne? Machen wir die Hosen noch Da haben wir einen neuen Eben-Schreiter Bauch Energie Stirb Noch mehr Fleisch Richtig nice Ich werde es glaube ich In zwei Wow Gewohnheit Ich werde es Alter die Cooldown Ich werde es glaube ich In zwei Parts schneiden Ne? Diese Stunde Und die kommen dann auch Boah Zwei Tage hintereinander Ne? Und Dann sind die anderen Let's Plays Ne? Bisschen ausgesetzt Aber das ist ja Eigentlich klar Ne? Ich muss jetzt Kein Loot Wirklich? Ja das sagt eine gute Frage Gibt es Addons Die Auf Classic laufen werden? Machen sie das? Oder Einfach alles nur Vanilla So komplett Ja gut Damals hat man ja Alles geht Und Da ist ein Schnabel Ich brauche noch Drei Nice Nice Aufs geht Bro Nein Loot wie der jetzt Zu gerannt ist Schön ich kann ja eigentlich Auf F Während der Bewegung Nicht möglich Während der Fucking Bewegung Nicht möglich Ich habe keine Kombo Ich sage es mal so Wenn ihr Nicht Das alte WoW kennt Ich habe ein Job Wie soll ich sagen Und ihr denkt Das sei doch voll witzig Und so Ne ist es nicht Wow Wirklich Verfehlt You have one job Man Ich finde Das ist so gut Ne Ich glaube Nachher hat man Kurz mal glaube ich Eine Stunde Wieder wartet Nach der Stunde Die man gespielt Hatte Oder so Ne Ich bin immer noch Hyped Das fuck Sie haben ja gesagt Im Sommer Nächstes Jahr Kommt es live Und Es können alle spielen Die das Abo haben Können es gratis Runterladen Und spielen Das ist dann Eine Zusatzleistung Und so Und ja Liebe Freunde Auch noch was schönes Das Ihr wahrscheinlich Nicht kennt Man muss Zum Lehrer gehen Um Fähigkeiten zu lernen Und das kostet Nicht gerade wenig Geld Mhm Kostet Ziemlich viel Ich habe jetzt 50 Gold Das Äh 50 Silber Das ist viel Ich möchte es nur gesagt haben Ich möchte es nur gesagt haben Dieser Ebenstreiter gehört mir Ich bin gerade so Gut Jetzt ja Auf dem Live Hätte ich das jetzt schon Lange lange Durchgemacht Und Heutzutage Er blockt sogar Er blockt sogar Das ist ein fucking Mob Der einfach blockt Alter Ich weiss noch eine Quest Vorstellen Und Das habe ich dann einfach Habe ich nie mehr angenommen Danach Bis irgendwie Das Cutter Die Das alles wieder Anders gemacht wurde Ne Zuck Komm schon Tagstückeln Zerheckseln Beste Buff Ich brauche mein Ziel Da haben wir einen Da fehlen noch nicht zwei Das ist ja fast ein ganz Das ist fast ein ganzer Part Ne Ich nehme jetzt das Das Indikator Ne Für die Zeit Also noch eine Minute In diesem Part Oh ich würde jetzt glaube ich Dritteln Da kann ich dritteln Genau Okay Ich werde jetzt Okay Na gut Ich hoffe keine Quest Keine einzige Quest Sehe ich das gerade richtig Keine einzige In einem Part Uhu Früher hatte man Speer Liebe Freunde Das ist ja Richtig Nice Ich bin Ich finde das gut Und so Ne Okay Na gut Dann war es das Für diesen Part Ich such noch Ich mach direkt Der nächste Part Wir werden uns dann Direkt wiedersehen Morgen Gleiche Zeit Macht's gut Und Klassik Hype Bis Nächstes Mal Tschaui Tschaui Bis 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 zum nächsten Mal.